Hier hin so. Also das muss hier irgendwo auf den Tisch, glaube ich, kommen. Da drauf vielleicht. Was habe ich getan? Hm, und jetzt? Ah, das kann man anklicken. Ja, wo soll ich das denn wissen? Ist hier irgendwo? Ah, da muss ich anfangen, okay. Ah, was ein Chaos. So, und jetzt das aber da drauf, ne? So, und jetzt? Kapitel abgeschlossen. Spiel fortsetzen. Ich habe übrigens eine Errungenschaft gerade bekommen. Wo in aller Welt bin ich? Okay, wir haben hier... Last Chapter. Okay. Ein absonderliches Gefühl der Bewegung. Oh, guck mal, hier sind... Hier ist so ein Klavierding. Äh... Nicht vollends, wie sich dreht. Nicht vollends, wie fallen. Ach, so ein Deutsch, ne? Wie fühlte, wie... Äh, ich fühlte, wie ich die Schwelle überschritt und die Visionen verebten. Vielleicht sollten sie mich nur an diesen Ort bringen. Der Weg zurück verschließt sich hinter mir, doch ein Weg voran tut sich vor mir auf. Etwas zieht mich weiter. Falls du bei mir bist, werde ich dir auf deinem Weg geleit geben. Ich bete, dass du nie gekommen bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer meiner Träume bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer Träume bist. Okay. Ach, guck mal. Ah, das kann man drehen. Das ist ja interessant. Und jetzt? Ja, ne? Ist das da? Was ist das? Das ist doch was. Ich seh das doch. Ein kleines Zahnrad. Klaviernoten bemerkt. Äh, so halb. Das war die erste nach dem ersten schwarzen, glaube ich. Die erste nach dem ersten schwarzen und die letzte da vor dem schwarzen. Das passt nicht da rein. Haben wir den hier noch. Hm. Okay, da kann man nix schieben und nix, gar nix. Oh. Okay, hier haben wir wieder eins, zwei, drei. Da sieht man aber nix. Dann haben wir hier noch irgendwas. Dort sind zwei kleine Löcher, die darauf hindeuten, dass etwas fehlt. So, so. So. Hm. 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 Schlüssel haben wir nicht. Irgendwas muss doch hier sein, wo wir... Ach, guck mal, hier ist ein Schalter. Habe ich den schon? Ah. Hm. Hm. Moment. Moment, Moment, Moment. Da kann man doch was schieben. Da. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Oder muss... Ah, Moment. Ah. Ja, jetzt kann man das schieben. Okay. Okay. Ah. Was? Warum? Das war doch so gut. Wie habe ich das gemacht? So, 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 so. Okay. Das gleiche jetzt nochmal, oder was? Oder hat sich hier was geändert? Ich glaube, wir müssen das jetzt... Ah, ne, Moment. Wir müssen jetzt da oben anhalten. Hm. Ach. Wo? So. So. Ein Schalter. Das ist aber eine schöne Kugel. Eine Metallkugel. Irgendwas daran ist seltsam. Das heißt, inspizieren. Okay. Okay. Was ist das? Ein Knauf. Ah. Eh. Kennt ihr... War das Polly Pocket? Da gab es mal so kleine... Äh, so kleine Halsketten, wo man drin spielen konnte. Ich glaube, sowas gab es auch von... Ach, fuck. Dennis hat da mitgespielt damals. Monster in my Pocket oder sowas? Ich glaube, davon gab es das. Kann ich hier von noch irgendwas haben? Nee. Gut, aber das weiß ich wenigstens, wo das hinkommt. Dahin. Alles klar, danke schön, dass du da warst. Auch noch ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Ein merkwürdig geformter Schlüssel mit Stern. Oh. Ein paar alte, verblichene Tarot-Karten. Schade. Hier war doch irgendwo... War doch hier... Da. Ah. What did just happen? Alter. Jetzt komme ich wahrscheinlich an den Schlüssel dran oder was auch immer das da war, was da lag. Nee, komme ich nicht. Dann mache ich mal hier das und gucke mal, ob noch irgendwas passiert ist. Ja, ich weiß, dass das ein Schlüsselloch ist. Hm. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie hiermit Schlepp- Okay, da ist so ein S, Kringelkreuz und Dreieck. S, nee, die 1, du Doofkopf. S, Kringelkreuz und Dreieck. Ist das falsch? Warum ist das falsch? Oder nicht? Äh? Ah, nee, das ist anders angeordnet, okay. Dreieck, Kringelkreuz, S. Alles klar. Dreieck? Nee, jetzt habe ich das schon wieder so hingemacht, wie es war. Ach, Julia. So. Ein rundes Ding. Eine Münze. Eine Münze. Vielen Dank.